So, meine lieben Freunde, hallo euch und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von CatQuest 2. Wir haben gerade die Gentle Bros gekillt. Und wir werden jetzt diese versteckte Höhle... Das kann sein, dass da die Tür war. Hm, da war sie. Die versteckte Höhle. Der Schlüssel passt hierzu. Ich möchte nicht gegen euch kämpfen. Ich möchte den Schlüssel haben. Darf ich nicht. Schlimmer als die Gentle Bros. Okay, das macht eigentlich keinen Sinn hier zu heilen, weil die machen 990 Schaden. Ich muss mich kratzen. Wobei die wesentlich einfacher sind, weil sie tatsächlich nur einmal angreifen, also einmal angreifen und, äh, keine besonderen Skills haben. Durch das Einfrieren, wenn sie auch verlangsamt, das finde ich uncool. Bitte nicht einfrieren. Sonst haben die ein ganz anderes Angebotsmuster. Nicht einfrieren. Alle goldene Truden wurden aufgesperrt. Geil, Leute. Geil. Das heißt, wir können gleich die aufmachen. Die vorher noch nicht da war, glaube ich. Der Architekt kostet das Zauberspruch, des Zauberspruchs sinken. 61 Magie. Zack. Dungeon abgeschlossen. Dann, meine Freunde, ist jetzt unsere Aufgabe, alle goldene Truhne aufzusperren. T. Sorry. Schalachroter Helm auf Level 24. Eine goldene Kiste nach der anderen. Das ist unsere Belohnung dafür, dass wir gegen die Gentle Bros gewonnen haben. Hofnah, B-Panzerkeule, Angesgeschwindigkeit steigt. Oh, interessant. Kann ich mir jetzt vielleicht anlegen. Das ist besser als meine Waffe. Ja. Okay. Auch zu den Gentle Bros. Die Kiste mitnehmen. Das ist immer so weit weg sein. Dann muss die, äh, die Insel. So abgeschieden. Aber meinen Augen entgeht nichts. Gentleman Monocle. Kosten des Zauberspruchs sinken. Okay, das sind irgendwelche... Das sind jetzt... Langsam wird es leider ein bisschen... Naja. Ein bisschen OP, wa? Malere Generation oder... Zuhausekosten des Zauberspruchs. Nehmen wir das mal mit. Meine. Ein Monocle. Seht ihr das? Wir haben ein Monocle. Das Monocle gehört uns. Seht ihr es übrigens auf unserem Fell hinten einrasiert? Auch eine 2. Tierquälerei gewesen. Dem Tier einfach etwas einzugravieren. Oder einzurasieren. Hofnahr-Ei-Kappe. Angstgeschwindig. Wow. Wir werden damit ein bisschen stark, ne? Wir kriegen mehr Schaden dazu. Nehmen wir auch mit. Das ist witzig. Dafür kann er das, glaube ich, nehmen, ne? Das ist ein Monocle. Da oben ist eine Kiste. Habe ich gesehen. Hinter der Stadt. Erstmal total absolut krass. Equipen. Gespensterrüstung. Oh, schön. Normales Item. Rrrr. Sch. Ich kann nur hier über goldene Kisten, Mann. Ich will alles vergessen, ja. Ich glaube, tatsächlich, wir machen mit den Quests mal weiter. Also, ich bin der Hauptquest, sondern mit der anderen Quests. Da ist noch eine goldene Kiste. Aber wir werden die sehen, wenn wir unterwegs sind, wenn wir die schon sehen. Das ist doch auch noch eine Königsmarke gewesen bei dem Fellumhang-Magier, oder? Oh, hier ist auch noch eine. Wenn wir sie sehen, nehmen wir sie mit. Uh, Eisschaden plus 100%. Das ist aber eine schöne Klinge. Einfach optisch sieht die sehr schön aus. Wow. Geil. Würde ich schon ganz gerne mitnehmen. Einfach, weil sie stylisch ist. Aber leider ist sie nicht so effektiv. Na, hier, dieser Aussichtspunkt. Den haben wir irgendwie noch nicht mitgenommen. Aber ist ja auch wie eine Königsmarke, oder nicht? Buch der ersten Könige. Auszug 1. In der Zeit der vor Königinnen und Zaubergeistern lebten einst die alten Meister. Sie schufen eine große Zivilisation, aber hinterließen eine zerstörte Nation. Wusste ich doch. Oder bin ich als Königsmarke deklariert? Oh nein, das Katzengesicht. Ich habe es aufgelöst. Es tut mir leid. Aber in der Nähe von goldenen Kissen sind die mal die nicht mit. Ist ja klar. Krone des Skelettkönigs. Geheimnis von der Widerstand. Plus 20%. Schöne Defense auf jeden Fall. War ja nicht auch noch irgendwo eine. Scheinbar zu weit weg. Na gut. Ähm... Die nächste Quest. Nicht zum Hauptquest. Zur Hauptaktion. Gehen wir mal zur Seestadt. Da war ich glaube ich noch nie gewesen in der Seestadt. Es gibt so viele Orte, an denen ich noch gar nicht war. Weil wir nicht eine Mission machen. Ansonsten wissen wir nicht in welcher Höhle wir noch nicht gehen sollen. Ah ja, hier ist die Seestadt, ne? Ja. Dieser See zog früher Tiere von überall an, wegen dem Schwert und so. Aber seit dem Krieg keine einzige Seele kommt mehr. Oh. Wenn ihr nach Osten reist, warne ich euch. Haltet euch vor dem brennenden Wald fern. Es gibt einen Fluch, der euch das Fell verbrennt, wenn ihr euch hineinwagt. Ah ja, der, wo wir schon dauerhaft Damage bekommen haben. Hey, seid ihr starkpfotigen Krieger? Daran interessiert eine urheilte Legende zu Fell folgen? Der Geist im See. Na selbstverständlich. Die Legenden sprechen von einem Geist im See, der ein mächtiges Schwert bewacht. Wenn ihr uns helfen wollt, es zu rufen, legt bitte diese Kristalle an die Orte, die ich markiert habe. Die Stadtkatze gibt dir die Kristalle. Ja, machen wir jetzt alle mit den Missionen. Oh, eine goldene Kiste. Gewand des alten Magers. Mana plus eins. Komm hier rein. Sechzig. Große Reißzähne. Oh, ist das schön, auf dem Wasser laufen zu können. Vielleicht gehen wir ja ein schönes Schwert. Miau. Fantastische Arbeit, ihr zwei. So, nun brauchen wir noch diesen letzten. Was ist das? Er hat meine Schnurrhaare berührt, aber wo ist der hin? Hm, wie auch immer, nehmt das. Vier Stufen, wir hören. Wenn ich mehr herausseite, werde ich hier sein. Also sprecht mit mir. Na los geht's. Step for step hier. Bauern, Geist, seid gegrüßt. Ich habe mir diesen Körper geliehen, mit euch zu sprechen. Da ihr mich befreit habt, gehört euch mein Schwert. Aber wir müssen es neu schmieden. Würde ich dir einem Geist etwas helfen? Von Metall und Magie. Um das Schwert neu zu schmieden, benötige ich Metalle, einen Schwertgriff von einem Schmied und einem Magier. Jetzt sind Soldaten in der Nähe ihrer Helme bestehen aus genug Metall. Ihr könnt dort beginnen. Lass mal die Soldaten umnatzen. Hey Magier, ihr Magier habt hier nichts zu suchen. Seht ihr Rocky hier? Er wird euch umhauen. Verstärkung? Wir werden sie zuerst fertig machen. Du hebst sie zurückgelassenen Helme auf. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Wie bitte? Braucht ihr meine Hilfe? Das mache ich gerne. Das ist Seestadt, richtig? Ich werde dort auf euch erwarten. Hallo. Als nächstes benötigen wir einen Schwertgriff von KitKat. Ich kann euch jetzt dorthin schicken. Ich habe genug Magie dafür. Macht euch bereit. Nein, ich will die Magie... Ah, ich will das mal nehmen. Huch. Hey, eure Hoheit. Perfektes Simon. Braucht ihr etwas? Oh, ein Schwertgriff ist es lange her, dass ich Waffen gemacht habe. Aber ich denke, ich habe ein paar alte. Gebt mir 5 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Hihi, versteckt. Ich muss wirklich in der Nähe sein. KitKat, gib dir einen alten Schwertgriff. Nun dann, bis später, ihr Süßen. Vergebt mir, ich war etwas ungeduldig. Also habe ich euch zwei hierher gebracht. Du gibst dem Bauern die Materialien. Perfekt. Jetzt muss ich nur... In den Magier schlüpfen. Ich muss mich zuerst an diesen Körper gewinnen. Nehmt das. Eine weiße Magier. 6 Stufen aufgestiegen. Kommt und besucht mich wieder. 9.000 Erfahrungen. Level 70. Leider ist in diesem Körper nicht genug Magie. Würdet ihr mir eure Magie leihen. Von Schwertern und würdigen. Perfekt. Ich brauche noch ein bisschen mehr Magie von euch beiden. Keine Angst. Das würde nicht wehtun. Bitte geht da rüber und wir können anfangen. Die Maske sieht so übel aus. Die Hofner-Maske. Ein schönes Schwert. Warte. 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 Ich nehme das Schwert. Wenn ich es an den Meistbietenden verkaufe, werde ich reich sein. Die schnurrbare Macht des Schwertes strömt durch mich. Wagt es nur, mich aufzuhalten. Du hebst das Schwert auf. Ist sie tot? Wow. Ich glaube, sie ist tot. Du hältst das Schwert dem Geister-Magier hin. Du solltest das Schwert behalten. Du bist seiner würdig. Ex-Kali-Schnur. Oh. Und damit habe ich meine Pflicht erfüllt. Vielen Dank, dass ihr mich befreit habt. Das war Pfundartig. Ich denke, wir haben diese Erfahrung. Lebe wohl. 10.000 Erfahrungen. Schönes Schwert. Ex-Kali-Schnur. Ich denke, wir sollten das maximieren, oder? Ich meine, Magie und Schaden dazu. Das ist schon schön. Ach, KitKat ist ja gleich hier. Aber ich kriege immer nur eine Stufe höher, oder? Das ist nicht so viel. So viel Gold habe ich gar nicht. Ach, der will Rüstung nur. Okay. Hot Doggo kann, glaube ich, meine Waffen verbessern. Sie ist nur eine Rüstungsschmiedin. Also nur. Sie ist eine Rüstungsschmiedin. Das erledigt. Da müssen wir noch eine goldene Kiste, die um uns später. Oder ist auch noch eine goldene Kiste. Hofnah-Ei-Anzug. Oder krasses Zeug. Okay, der Gentleman-Ei-Anzug ist viel besser. Ich habe hier alle Missionen schon gemacht, ne? Also die restlichen Höhen müssen eigentlich alle frei zur Verfügung stehen. Wir gehen mal die normalen, dem normalen Missionsweg lang. Was war diese eine? Ich muss mal ganz kurz, bevor ich... 50. Ich glaube, die steigen echt mit Home-Level her. Finde ich gut. Dann wird es nicht so einfach. Das würde ich noch nicht haben. Ich wollte eigentlich erst mal die Höhle machen, wo ich versagt hatte letztens. Oder habe ich das geschafft? Die Level 60er... Level 60er-Höhle. Die hier unten. Ne, habe ich noch nicht geschafft. Ach, wegen... Mhm, mhm, mhm. Ja, ja. Wegen den Rangers. Das war nervig gewesen. Jetzt kommt der Große, zwei Frosties und Ranger, ne? Wann der noch nicht? Oh, okay. Interessanter Angriff. Der verfolgt leider nicht mehr. Schade, aber macht auch nichts. Wir können auch so erzielen. Das geht schon. Na. Na, schade. Wuff. Au, au. Danke sehr. Jetzt kam der Große, ne? Das geht nicht wieder ab, wenn ich getroffen werde. Voll geil mit diesem Ko-Op-System. Wettbewerb abgeschlossen. Yay. Der Schatz gehört dir. Na, her damit. Her damit, her damit, her damit. Waldläufer-Kappe. Wurf-Entfernung steigt. Und ein bisschen Gold. Zumindest war ich jetzt schon mal in der Höhle hier drin. So, nächste Mission. Ich bin euch hier gerade vorbeigelaufen an einer. Es gibt so viele Missionen noch zu machen. Habe ich eigentlich meine Skills wiederbekommen? Mein. Ne. Ich habe nur das auf dem Wasser gehen wieder erlernt. Der Rest ist noch nicht wieder da. Die Zwillingsstadt. Oh, weil hier zwei. Zwei getrennte Dörfer wahrscheinlich gebaut worden waren. Ah, Katzenabenteurer. Was für ein Glück. Bitte könnt ihr mir helfen. Es geht um meinen Bruder. Die Zwillingslieferung. Oh, danke für die Hilfe. Mein Bruder Mami ist wegen des Krieges zur Armee gegangen. Huch. Ich überlege ihm das zu geben, damit ihm nichts passiert. Die Boring gibt der Mami's Schwert. Mami's Camps am Schnurrmacher Beach. Würdet ihr ihm das Schwert geben? Das ist ja am Arsch der Welt. Na gut, das geht. Der brennende Wald. Der brennt gar nicht. Kronen des Skelettkönigs. Übel. Sind die Böse schon wieder, ne? Halt! Wer schnurrt da? Du zeigst Mami's Schwert. Mami? Hier gibt es keine Katze mit diesem Namen. Jetzt hat ab. Ähm. Sprechen die hier mit mir? Oh, da muss noch eine Kiste. Was? Wir müssen nicht immer etwas sagen, oder? Tazifischer Ozean. Da ist ja nur ein rotes Lager. Hundkasernen. Drachenfeuer. Uh. Feuerschauen plus 100%. Nehme ich mit. Ein schöner Dolch. Na, das sieht doch schön aus. Ach, ich liebe Cat Quest. Ich hoffe, es gibt noch ganz, ganz viele Fortsetzungen davon. Mit immer mehr Innovationen und Neuigkeiten. Höhle ist immer versperrt. Brauche ich wahrscheinlich eine Quest dazu. Was geht ab mit dem? Voll strange. Also, Mami, Geschenke fallen. Gruselige Musik. Witzig. Ah, Katzeamteure. Was für ein Glück. Bitte könnt ihr mir helfen. Es geht um meinen Bruder. Die Zwillingslieferung erneut. Oh, danke für eure Hilfe. Ich... Ist, was ich sagen sollte. Aber nein. Ich habe genug davon. Ich stecke in dieser Zeitstelle fest. In der ich meinem Bruder ein doofes Schwert geben muss. Noch schlimmer ist, dass jetzt auf der anderen Seite dieser unheimliche Zwilling ist. Wisst ihr, ich habe das Gefühl, diese ganze Welt ist eine Illusion. Als ob wir in einem Spiel wären. Ich bin sicher, dass diese komische Sache endet, wenn wir meinen Bruder finden. Ich gehe zum Schnurrmacher-Strat, um ihn zu finden. Miau. Komme ich da mit? Kein Thema. Ich liebe dieses Spiel. Ist bestimmt der Hund in Wirklichkeit. Ist keine Katze. Finde Mami den Bruder. Hm. Vielleicht der. Kein Seid. Fremde Höhle. Sex. Es wird auf mich anzugreifen. Kann ich den in die Höhle reinlocken? In den Wald reinlocken? Ah. Geht leider nicht. Schade. Aber die haben ordentlich Leben, die Dinger. 20.000 vielleicht? Das kann nicht Mami gewesen sein. Oder doch? Aber du hast gehört, was er gesagt hat. Oder doch? Fremde Höhle. Mein Bruder. Mami muss da drin sein. Wir treffen uns in der Zwillingsstadt wieder. Ja, okay. 50.000 Erfahrungen. Wow. Okay. Beide haben abstrehen. Wir speichern erstmal. Wir machen an der Stelle eine kleine kurze Pause. Und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao, meine lieben Freunde. Ciao, ciao. Ciao, ciao.